Moin Leute, in dem heutigen Video schauen wir uns einmal den kürzlich erschienenen NBANIC-RG556 an. Wir werden dabei das Gerät einmal gemeinsam auspacken und uns den Verpackungsinhalt einmal anschauen. Ich werde euch meinen Ersteindruck vermitteln, ein paar technische Daten mitgeben und dann schauen wir uns natürlich auch noch einmal das Wichtigste und zwar die Performance an. Während ich das Ganze jetzt einmal auspacke, erzähle ich euch ein bisschen was zur technischen Seite. Das Besondere an diesem Gerät ist, dass es neben dem Retroid Pocket 4 Pro ein relativ leistungsstarkes Gerät ist und ihr hiermit teilweise bis zur VVU Sachen emulieren könnt und sogar auch einige Switch Games, wobei darauf sollte nicht der Hauptaugenmerk liegen, da es dafür natürlich nicht ausgelegt ist. Vielmehr ausgelegt ist es eher auf Gamecube, Playstation, V und ein bisschen VVU. In der Verpackung selbst neben dem Gerät haben wir noch einmal ein Panzerglas und die entsprechenden Wischtücher, ein USB-A auf USB-C Kabel und ein sehr sehr kurzes und knappes, aber meiner Meinung nach mehr als ausreichendes User Manual, wo auf allerlei Dinge wie Hotkeys, Updates, das Betriebssystem und die Software eingegangen wird. Also das würde ich euch tatsächlich einmal empfehlen, ein wenig zu studieren, da ihr so einen schnellen und übersichtlichen Eindruck über das Gerät in der gebotenen Kürze bekommt. Schauen wir uns die technische Seite mal ein wenig an. Das Gerät selbst hat einen 5,5 Zoll großen AMOLED-Display, um genau zu sein sind es 5,48 Zoll. Die Auflösung ist eine Full HD Auflösung. Als CPU haben wir hier den Unisoc T820 Prozessor verbaut. Das ist ein 8 Kerner mit einem Kern zu 2,7 GHz, drei Kernen zu 2,3 GHz und vier Kernen mit 2,1 GHz. Als GPU haben wir hier die Mali G57 mit 850 MHz. Arbeitsspeicher sind 8 GB, LPDDR4 und als intern verbauten Speicher haben wir 128 GB UFS 2.2 verbaut, also auch relativ schnell. Das Betriebssystem ist Android 13 und der Sicherheitspatch ist, ich meine, noch von letztem Jahr, also da ist man tatsächlich nicht sehr aktuell. So und da haben wir auch schon das gute Stück. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause zu den technischen Daten und erzähle euch jetzt mal ein bisschen was zu dem Handling. Insgesamt fühlt sich das Gerät wirklich sehr, sehr hochwertig an. Es ist im Vergleich zum Retroid Pocket 4 Pro schon deutlich üppiger, aber meiner Meinung nach ist das gar nicht schlecht. Es ist sogar besser, weil wenn ihr die Videos zu meinem Retroid Pocket 4 Pro angeguckt habt, dann habe ich immer mal wieder kritisiert, dass das Display zu klein sei. Und das ist wirklich ein sehr ideales Display, was wir hier vor uns haben. Wenn man jetzt auch noch die Display-Rende optimal ausnutzen würde, dann wäre es wirklich perfekt. Dann hätte man so ungefähr 5,8, 5,9 Zoll. Wenn wir uns das Gerät jetzt einmal von allen Seiten anschauen, dann habt ihr da schon den MicroSD-Kartenslot gesehen. Der geht relativ schwer zu, warum auch immer. Daneben haben wir den USB-C-Anschluss, der auch als Display-Out fungiert. Dann den AUX-Anschluss sowie die Boxen. Die Rückseite ist leer gehalten. Dann haben wir natürlich noch die Schulter-Tasten, sowie den Power-Knopf, lauter und leiser Wippe und einen Indikator. Und natürlich den Lüfter-Ausgang. Hier jetzt noch einmal ein kurzer Vergleich zum Retroid Pocket 4 Pro. Wir machen später auch noch einmal einen Vergleich zum Display. Aber ihr seht es, wir haben hier nur 0,5 Zoll mehr als Displaygröße. Aber an sich ist das Gerät weit üppiger. Und das führt dazu, dass meiner Meinung nach das Gerät, also der Embernic, viel besser in der Hand liegt. Ansonsten die Verarbeitungsqualität beim Retroid Pocket 4 Pro ist etwas besser. Insbesondere die Analog-Sticks, die haben einen größeren Radius. Das ist einer meiner Hauptkritikpunkte beim Embernic. Da ist der Radius der Analog-Sticks einfach viel zu klein, dass die Analog-Sticks einfach nicht gut genug ausschlagen, meiner Meinung nach. Und das fühlt sich befremdlich an. Also es ist kein angenehmes Gefühl. Man kann aber natürlich alles ohne Probleme zocken. Hier jetzt auch noch einmal die Top-Down-Ansicht. Ihr seht es, wir haben wirklich nur 0,5 Zoll mehr. Aber das Gerät ist schon breiter und länger. Aber dafür liegt es auch wirklich besser in der Hand. Wenn wir dann weitermachen, an der Front haben wir ganz normal zwei Analog-Sticks, ein D-Pad, den Function-Button unten links und daneben den Return-Key. Auf der rechten Seite SE und ST, jeweils für Start und Select. Das ist für mich immer ein No-Go. Start und Select müssen immer oben rechts und oben links sein. und ansonsten natürlich noch die Standard-A, B, X, Y-Tasten. Das ist jetzt hier einmal die Software, mit der ihr begrüßt werdet. Und ganz ehrlich, das ist vermutlich die sinnloseste Software, die es überhaupt gibt. Keine Ahnung, was der jetzt hier einstellt. Da werden vermutlich ein paar Emulatoren installiert. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber ihr könnt quasi nichts machen. Das macht alles automatisch. Ihr könnt euch nicht mit dem WLAN verbinden. Das müsst ihr im Nachgang noch manuell machen. Und ihr könnt auch nicht einmal irgendwelche Buttons einstellen. Nichts. Also diese Software ist meiner Meinung nach komplett obsolet. Es bietet am Ende natürlich ein Frontend, also eine Benutzeroberfläche, für all eure Emulatoren. Aber dafür hätte man nicht so dick auftragen müssen und so tun müssen, als ob da jetzt großartig irgendwas gemacht wird. Also ein paar Verbesserungsvorschläge für die Zukunft hätte ich durchaus für dieses System. Und dafür, dass wir hier doch schon ein etwas höherpreisiges Gerät haben, hätte man schon ein bisschen mehr mit der Software machen können, meiner Meinung nach. Da wir schon mal dabei sind, die Software, sagte ich ja schon, wir haben hier Android 13 und auch ansonsten die Menüführung. Es ist gefühlt einfach nur Stock Android. Und man hat auch innerhalb der Systemeinstellungen kaum Möglichkeiten, irgendwas an dem Handheld anzupassen. Also man hat nicht einen Reiter extra nur für die Einstellungen des Handhelds. Die muss man sich hier und da so ein bisschen zusammensuchen. Finde ich eigentlich sehr schade dafür, dass man hier doch schon ungefähr 200 bis 230, 30, 40 Euro zahlt, je nachdem von wo ihr es kauft, in was für eine Ausführung ihr es kauft, ob noch eine SD-Karte mit dazu geliefert wird, ob ihr beim Zoll hängen bleibt oder nicht. Ich habe über GoGameGeek, glaube ich, waren es knapp 200 Euro bezahlt. Da war Zoll und Versand schon mit inbegriffen. Das war wirklich ein ganz guter Service. Aber je nachdem, wie gesagt, wo ihr es bestellt, landet ihr dann auch gerne mal bei 230 bis 240 Euro. Wenn die Einrichtung dann abgeschlossen ist, dann sieht das Ganze so aus. Ihr landet auf einer Standard-Android-Benutzeroberfläche mit einem zugemüllten Desktop, wo einfach alles hingeklatscht ist. Das ist nicht, dass ihr es im App-Drawer oder so habt. Ihr landet einfach so auf einem ungeordneten Desktop. Finde ich insgesamt sehr unschön gelöst. Da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, dass man das eventuell in Ordnern strukturiert oder sonst etwas. Und hier habt ihr zum Beispiel den Gamepad-Tester. Wundert euch nicht bei meinem Left Joystick X, dass es verbuggt, wenn ihr nämlich bei dem Systemstart eine Bewegungseinrichtung macht, dann denkt das System, dass das die Standard-Position ist und führt dann dazu, dass die Eingabe nicht mehr funktioniert. Das sieht dann so aus, als wenn euer Analog-Stick kaputt wäre, ist er aber am Ende nicht. Ein Neustart hat da tatsächlich abgeholfen. Ansonsten, ihr seht, ihr habt hier auch OTA-Updates. Es gibt natürlich noch keine Updates. Und nochmal hier eine Übersicht über den Launcher und über eure Keys und wie ihr sie ummappen könnt. Also ein paar Sachen sind schon dabei. So ist es nicht. Aber ein bisschen mehr hätte es tatsächlich sein können. Und ihr seht es auch gerade, links der Eingabe funktioniert nicht. Erst nach dem Neustart ging es wieder. Wenn ihr jetzt unten links auf diesen Retro-Button drückt, landet ihr in dem Frontend. Und hier habt ihr dann eine Übersicht über sämtliche Emulatoren und über sämtliche Spiele. Hier könnt ihr dann auch eure Spielelisten aktualisieren. Und allerlei andere Dinge einstellen an den Emulatoren. Und soweit ich das jetzt hier überblicken konnte, in meinem ersten Eindruck, lief das alles sehr rund. Also ich musste bei kaum einem Emulator irgendetwas einstellen. Also alle Emulatoren liefen eigentlich ohne Probleme. Bis auf einige, wo ich dann noch die Controller-Einstellungen anpassen musste. Aber ansonsten lief das. Und ich finde auch das Frontend an sich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde es eigentlich relativ ansinnig. Ihr habt hier auch ein paar Möglichkeiten, das designtechnisch anzupassen. Da habt ihr dann, ich glaube, vier Auswahlmöglichkeiten, wie das Ganze aussehen soll. Und insgesamt sehr übersichtlich, aufgeräumt und verständlich. Genau so soll es sein. Und hier habt ihr dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel nach Spielen zu suchen, wenn ihr auf Start drückt. Und auf Select habt ihr dann noch die Möglichkeit, wie ich schon sagte, Themes einzustellen. Da habt ihr dann drei Styles und vier weitere Auswahlmöglichkeiten, wie das Ganze aussehen soll. In diesem System sehe ich auf jeden Fall eine Zukunftsfähigkeit und auch Potenzial, dass man das weiter ausbauen kann und auch durch die Community und auch durch weitere Themes oder Funktionen erweitert werden kann. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das mit der Zeit entwickelt und auch, ob Embernic das noch weiter pflegt und hegt. Ein, zwei weitere kleinere Kritikpunkte neben dem Analogstick habe ich noch. Und zwar der Vibrationsmotor. Der ist gefühlt wie in jedem dieser China Handels einfach nur drottenschlecht. Also er fühlt sich sehr unangenehm an. Einfach dermaßen überladen, dass es nicht schön ist, mit dem Vibrationsmotor eingeschaltet zu zocken. Abseits dessen finde ich auch die Verarbeitungsqualität nicht wirklich perfekt. Also wir haben hier, wie auch bei allen anderen, Plastik. Ja, aber das, was wir hier haben, das ist wirklich extrem anfällig für Fingerabdrücke. Ihr werdet es am Ende der Session auch noch sehen. Ich werde das Ganze jetzt hier einmal nutzen und am Ende zeige ich euch, was das Ergebnis ist. Es war davor komplett gepflegt und sauber und dann am Ende sieht es wirklich einfach nur noch verschmiert aus. Die Haptik, wie es sich anfühlt, das ist wirklich sehr angenehm. Auch die Druckpunkte und das T-Pad sind meiner Meinung nach sehr gut zu bedienen und auch wie sich die Knöpfe anfühlen, an sich wirklich sehr schön. Einzig ein bisschen bessere Qualität in der Verarbeitung, das hätte dem Gerät meiner Meinung nach nicht geschadet. Kommen wir jetzt aber mal ein bisschen zu der Emulation und ein paar positiven Aspekten. Ihr seht das Ganze schon. Wir haben jetzt hier den 5,5 Zoll großen Display, Amulet Display und das Bild sieht einfach nur fantastisch aus. Wir machen gleich noch einmal einen Vergleich mit dem Retroade Pocket 4 Pro und im Vergleich dazu die Farben, die Qualität und wie einfach diese 0,5 Zoll mehr an Display wirken, es ist einfach nur fantastisch. Natürlich ist das dafür ein bisschen größer, aber es liegt auch wirklich fantastisch in der Hand. Also wenn ich mich allein aufgrund dieses Merkmals entscheiden müsste, dann wäre ich definitiv beim Envenic, weil es einfach so viel mehr hergibt und die Spiele machen wirklich viel mehr Spaß aufgrund dieses Displays. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Software. Ich bin jetzt hier im High-Mode, also im Leistungsmodus und die Lüfter sind auf automatisch eingestellt. Da habt ihr noch die Auswahlmöglichkeit, dass es einfach voll Karacho durchläuft, ohne Wenn und Aber. Aber es läuft. Ich habe das jetzt einfach mal auf automatisch gestellt und die Leistung der CPU und GPU auf voll und die Spiele laufen, also ihr seht es jetzt hier, Playstation 1 Spiele, Playstation 2 Spiele, sorry, laufen teilweise mit der einfachen, teilweise mit der zweifachen Auflösung mit 30 bzw. 60 FPS, je nach Game. Und auch jetzt hier haben wir zum Beispiel ein Rv-Spiel und davor hatten wir ein Gamecube-Spiel und das lief alles ohne Probleme. Klar, hier und da hat man mal ein paar Ruckler, aber, und das erstaunliche war, ich habe das jetzt so eine halbe Stunde bis Stunde getestet bei diesen jeweiligen Games, ich habe die Lüfter einfach nie gehört, nie. Ich weiß nicht, ob sich das auf Dauer auch so manifestieren wird, aber in dieser kurzen Zeit, in der ich das testen konnte, habe ich die Lüfter einfach nie gehört. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr toller Punkt. Im Vergleich zum Red Red Pocket 4 Pro, den man unter Volllast wirklich hören kann, ist das ein sehr erstaunliches und sehr positives Ergebnis. Wenn sich das in meinem Langzeittest auch so darstellt, dann muss Redroid hier wirklich nachliefern, dass man da die Lüfter noch ein bisschen optimiert. So, und ihr seht es jetzt auch schon im Hintergrund. Ich habe jetzt einmal beide Geräte parallel laufen gehabt, einmal um die Displays zu vergleichen miteinander. Wir haben oben das AMOLED-Display 5,5 Zoll und jetzt hier beim Red Red Pocket 4 Pro den Nicht-AMOLED-Display mit 5 Zoll Warnes, glaube ich. Und auch wenn das in dieser Aufnahme nicht so extrem aussieht, die Farben wirken und sind tatsächlich sehr, sehr viel knackiger und schärfer. Und allein die schiere Größe des M-Bandic machen die Display-Qualität einfach besser. Also diese 0,5 Zoll, das sagte ich ja schon mehrfach, lassen das Bild einfach viel toller wirken. Hätte der M-Bandic jetzt auch noch diese tollen Analog-Sticks wie der Red Red Pocket 4 Pro, dann wäre es wirklich ein ganz einfaches Duell zwischen diesen beiden Geräten gewesen. Aber ja, man kann ja nie ein perfektes Gerät haben. Apropos Analog-Sticks, der M-Bandic hat Hall-Effekt-Sensoren, also Stickdrift werdet ihr hiermit nicht bekommen. So im Hintergrund seht ihr jetzt noch einmal Tony Hawk Underground 2, ein Spiel für die Playstation 2. Oben rechts habt ihr dann die Frames, da bewegen wir uns, meine ich, zwischen 50 und 60 FPS und die Auflösung ist die einfache Auflösung und das Spiel lief ohne Probleme von Anfang an. Also ich musste nichts einstellen tatsächlich. Auch die Controller-Steuerung lief von Anfang an ohne Probleme. Das Einzige, was man machen musste, ist, dass man die Touch-Controls einfach deaktivieren musste, dass man die einfach nicht mehr sieht. So Leute, hier jetzt noch einmal das versprochene Bild nach der Gaming-Session, wie das Ganze auf der Rückseite aussieht. Und ihr seht es, es ist wirklich komplett verschmiert mit Fingerabdrücken. Es ist quasi eben gerade ausgepackt worden und ich habe es, während ich euch das Ganze hier erzähle, quasi bezockt und so sieht es danach aus. Also wirklich schön sieht das Ganze nicht aus und das meine ich einfach mit der Verarbeitungsqualität. Da hätte man wirklich ein bisschen mehr abliefern können. Aber wie gesagt, es liegt toll in der Hand, es fühlt sich auch gut an. Einzig, dass es so billig daherkommt aufgrund dieser Fingerabdrücke, das ist ein bisschen schade. So Leute, und das soll es auch mit meinem ersten Eindruck gewesen sein. Und ganz ehrlich, ich finde das Gerät wirklich sehr toll. Bis auf ein, zwei kleinere Kritikpunkte, wie den Radius der Analogsticks und die ein bisschen verbesserungswürdige Software, ist das wirklich ein sehr tolles Gerät. Vor allem die Lüfter haben es mir angetan. Ich bin wirklich erstaunt, dass man diese einfach nicht hört und das unter Volllast. Da bin ich wirklich gespannt, ob das auch in Zukunft so bleiben wird. Was meint ihr? Schreibt mir mal eure Meinung dazu in diese Kommentare. Findet ihr das Gerät besser als den Retroi Pocket 4 Pro? Oder findet ihr den Pocket 4 Pro einfach besser, weil er kleiner und handlicher ist? Und damit möchte ich das Video auch beenden. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir auch gerne Video-Vorschläge in die Kommentare, was ich alles mit diesem Gerät testen soll. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.